Es sind Bilder, die dieses Land wirklich verändern könnten, die wirklich etwas ändern könnten an der Migrationspolitik, am Irrsinn der unkontrollierten Zuwanderung. Wenn genug Menschen dieses Video sehen. Wir zeigen es Ihnen. Schauen Sie sich das Video deswegen bis zum Ende an. Teilen Sie dieses Video mit allen Menschen, die Sie kennen und lieben. Es ist so wichtig. Und vor allem abonnieren Sie Achtung Reichelt. Los geht's. Herzlich willkommen, Achtung Reichelt. Wir sind es unseren Kindern, den Kindern dieses Landes schuldig, laut und unmissverständlich, die bitterste und brutalste Auswirkung der unkontrollierten Massenmigration auszusprechen. Zu benennen und von der Bundesregierung und allen Parteien in diesem Land so klar wie kompromisslos eine sofortige Umkehr zu verlangen, auf der Straße, an der Wahlurne und überall dort, wo unsere persönlichen Möglichkeiten es erlauben. Wir sind es unseren Kindern schuldig, die ewigen Ausreden, Vertröstungen, Verklärungen und Vertuschungen nicht mehr länger hinzunehmen. Diese brutale wie blutige Auswirkung der offenen Grenzen lautet, die unkontrollierte Massenmigration hat unsere Schulen und Spielplätze, unsere Freibäder und Fußgängerzonen, unsere Fußballplätze und unsere Parks und all die anderen Orte, an denen man unbeschwert seine Jugend verbringen sollte, in die neue Frontlinie der Massenmigration verwandelt. In einen täglichen, enthemmten und erbarmungslosen Kampf mit den Folgen und den Geschöpfen gescheiterter Integration. Unsere Kinder sind es, die den Preis zahlen für die historisch gescheiterte Idee linksgrüner Politik. Während Angela Merkel, die Begründerin dieser Politik, ihre Memoiren Freiheit nennt, schwindet täglich die Freiheit unserer Kinder, schrumpft der öffentliche Raum, in dem sie sich frei und unbeschwert bewegen können. Orte, an denen Generationen ihre Jugend verbracht haben, sind zum Epizentrum von eingewanderter Gewalt und antideutschem Rassismus geworden. Das nobelste und ehrenwerteste, wenn auch naive Motiv für die Politik der offenen Grenzen mag ein großes Herz sein, der Wunsch, anderen Menschen zu helfen. Aber fast ein Jahrzehnt nach der Öffnung unserer Grenzen muss auch der letzte linksgrün großherzige Überzeugungstäter erkennen, diese Politik ist nicht nur gescheitert, sie ist lebensgefährlich. Sie ist zur größten und zur ständigen Gefahr für die Kinder unseres Landes geworden. Wer ein Herz hat, muss erkennen, dass es unsere heiligste Aufgabe als Gesellschaft ist, unsere Kinder vor Unheil zu bewahren. Doch es geschieht das Gegenteil. Die Politik bringt Unheil über unsere Kinder, indem sie Rohheit und Gewalt archaischer und kampferprobter Kulturen mit sagenhaften Geldbeträgen namens Bürgergeld mit glitzernden Werbetafeln für den deutschen Pass geradezu nach Deutschland lockt. Ein einziges Video könnte all das nun ändern, könnte diese verheerende Politik, die unsere Kinder uns nicht verzeihen werden, schlagartig beenden, wenn nur wir alle, Eltern, Onkel, Tanten, Pateneltern, Großeltern, Lehrer, Kindergärtner, es zum Anlass nehmen und endlich den Mut zum unnachgiebigen und furchtlosen Protest finden. Wenn wir uns endlich nicht mehr einschüchtern lassen von den Kampfbegriffen des linksgrünen Lagers, die ein anderes Land durch Massenmigration schaffen wollen, die bunt und vielfältig nennen, was unsere Kinder als Gewalt und Gängelung erleben. Dieses eine Video ist am 11. Juni in Gera, Thüringen entstanden. Es zeigt eine Kindergang aus jungen Syrern und Afghanen, die auf brutalste Weise einen deutschen Jungen, 14 Jahre alt, schlagen, quälen, demütigen. Die Bilder sind unerträglich, aber genau deswegen müssen sie gezeigt werden. Denn noch unerträglicher ist das Leben, das diese Gesellschaft für ihre Kinder schafft. Wir müssen das Video aufgrund der Richtlinien von YouTube stark unkenntlich machen, aber sie bekommen eine klare Vorstellung von dem, was dort passiert. Wenn sie das Video klar sehen wollen, dann können sie das auf unserer Seite, news.de, n-i-u-s.de tun. Ich bitte Sie, muten Sie sich diese Bilder zu. Es ist wichtig, dass Sie wissen, was Ihnen die Tagesschau vorenthält. Dich, was geht zu uns? Ich glaube, darf ich von Mutter. Der hat auf Mata gespuckt. Wer? Ey, Ben, der hat auf deine Freunde gespuckt, ne? Ben, wo bist du? Ben, der hat auf deine Freunde gespuckt, ne? Ich schwöre, bei meinem Vater hat es gemacht. Ich verstehe, ich verstehe... Ich verstehe, ich verstehe... Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe... Ich schwöre die Kette. Ich verstehe, ich verstehe... Ich verstehe, ich verstehe... Ich schwöre nicht! Wer war das? Jungs, da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand. Mir persönlich treiben diese Bilder die Tränen in die Augen und ins Herz. Wer selbst Kinder hat, mag sich nicht ausmalen, was dieser Junge dort in Gera durchleiden musste. Vielleicht nicht zum ersten Mal. Wer mal Kind war, wie wir alle, verfällt bei diesen Bildern in den Schockzustand der totalen Hilflosigkeit. Dieses erstickende Gefühl des über sich ergehen lassens, wenn man von Gewalt überwältigt wird und keinen Ausweg hat, wenn der Versuch wegzulaufen es nur noch schlimmer machen würde. Dieses Video muss auch all jene wachrütteln, die aus falsch verstandener Bürgerlichkeit immer noch brav und schweigend darauf warten und hoffen, dass all diese Menschen und ihre Kinder, die kaum ein Wort Deutsch sprechen und auch nicht sprechen werden, sich irgendwie schon integrieren werden und uns bereichern werden. Es wird nicht passieren. Ja, natürlich, es wird bemerkenswerte Einzelfälle von Integration geben. Aber als Massenphänomen ist Integration in diesem Land gescheitert. Das Land ist überlastet. Das System ist kollabiert. Und zu viele Menschen, die zu uns kommen, sind absolut entschlossen, dafür zu sorgen, dass sich in ein paar Jahren unsere Kinder integrieren müssen. Nicht sie, unsere Kinder. Niemand kommt unseren Kindern zu Hilfe. Deswegen müssen wir es jetzt tun. Und zwar genau jetzt. Das heißt, es ist nur wenige Tage her, dass ein anderer Fall Schlagzeilen machte. Greves Mühlen. Zunächst hieß es, dass jugendliche Neonazis dort einem schwarzen Mädchen aus Ghana ins Gesicht getreten hätten, was furchtbar wäre. Doch das stellte sich als frei erfunden heraus. Es hat in Greves Mühlen rassistische Pöbeleien gegeben, aber eben keinen gewaltsamen Angriff. Schon gar nicht Gewalt gegen Kinder. Hier sind noch einmal die Bilder, die das beweisen. Die zeigen, dass es die Mutter der angeblich angegriffenen Kinder war, die erst nach den Jugendlichen tritt und dann ihre Kinder nicht von diesen Jugendlichen wegbringt, sondern sie dorthin zieht. Schauen Sie. Zu diesem Vorfall, bei dem in Wahrheit ein elfjähriger Junge einem achtjährigen Mädchen ein Bein stellte und sie laut Polizei mit der Fußspitze berührte, zu diesem Vorfall in Greves Mühlen, bei dem ein rassistischer Angriff behauptet wurde, aber nie stattgefunden hat, äußerten sich die Spitzen der Bundesregierung. Innenministerin Nancy Faeser, Außenministerin Annalena Baerbock und auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, verurteilten den Angriff, der nie stattgefunden hat. Die Tagesschau zeigte Sondersendungen über den Tritt ins Gesicht, den es nie gegeben hat. Die Grünen forderten, den erfundenen Angriff auf die Agenda der Innenministerkonferenz zu setzen. Und zu Gera, zu diesem Angriff, den wir alle mit unseren eigenen Augen sehen, den wir alle bezeugen können, schweigen, Stille, kein Wort. Nicht von Nancy Faeser, nicht von Annalena Baerbock. In der Tagesschau gestern viel zum Klimawandel, zum Weltflüchtlingstag und zu zwei Wahlen in der Ukraine, die aus ihrem Zoo ausziehen müssen, aber natürlich kein Beitrag zur Gewalt von Gera. Deutsche Opfer sind nicht von bundesweiter Relevanz bei der Tagesschau. Auch in den ZDF-Heute-Nachrichten wurde der brutale Angriff verschwiegen. Beth schrieb sogar, der Junge habe Glück gehabt, weil er nur leicht verletzt worden sei. Nur, Zitat, Rötungen und Schwellungen durch die Faustschläge ins Gesicht. Glück gehabt, Glück. Halten Sie es für möglich, dass man jemals so über einen ausländischen Jungen schreiben würde, wenn er von deutschen Jugendlichen verprügelt und so übel zugerichtet würde? Würde man dann schreiben, er habe Glück gehabt? Natürlich nicht. Niemals würde man so etwas schreiben, wenn es umgekehrt wäre. Die bittere Erklärung dafür lautet, auch in unseren Medien tobt die fürchterliche Ideologie der Hautfarben, in der ein schwarzes Kind wertvoller, schützenswerter ist als ein weißes Kind, obwohl alle Kinder gleich wertvoll sein sollten. Sogar dann ist es wertvoller, wenn dem schwarzen Kind kein Haar gekrümmt wurde, während das weiße Kind brutalst verprügelt worden ist. Mir persönlich macht das Angst. Ich halte solche Zustände für ein Virus, das unseren Geist und unser Herz befallen hat. Wir müssen diese Zustände beenden, bevor sie uns vergiften und auffressen, unsere Kinder zuerst. Aber es geschieht das Gegenteil. Die mächtigsten Menschen im Land heizen diesen Rassismus gegen uns, gegen unsere Kinder, gegen weiße Haut auch noch an. Die grüne Ideologie-Predigerin Katrin Göring-Eckardt hat genau die Zustände herbeigesehen, die wir nun im Land haben. Sie erinnern sich. Wir reden darüber, wie unser Land in 20, in 30 Jahren aussieht. Es wird jünger werden. Ja, wie großartig ist das denn? Wie lange haben wir über die Demografie gesprochen? Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden. Na klar. Und ja, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Vielleicht auch, weil ich schon mal eine friedliche Revolution erlebt habe. Dieses hier könnte die sein, die unser Land besser macht. Und vielleicht werden wir in 20 Jahren stolz darauf sein, dass wir die Partei waren, die nicht wie die CSU in der Furche lag und die nicht wie die SPD immer hin und her laviert ist, sondern die gestanden hat und gesagt hat, diese Veränderung, dieses bessere Land, dieses neue Land. Ja, das wollen wir, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür kämpfen wir. Und dafür haben wir jeden Tag, morgens und abends Mut im Bauch. Darauf kommt es an. Und ich freue mich drauf und ich freue mich, dass wir als Grüne ganz vorn dabei stehen. Und ich freue mich drauf und ich freue mich drauf. Und hier ist, was Katrin Göring-Eckardt nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft über Ungarn auf Ex schrieb. Schauen Sie. Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Eine der mächtigsten Frauen der grünen Regierungspartei, Vizepräsidentin unseres Parlaments, sortiert Deutsche nun nach Hautfarben. Was sie hier eigentlich sagen will, ist vollkommen eindeutig. Noch lieber wären ihr noch weniger weiße Spieler. Katrin Göring-Eckardt ist eine Rassistin, die den Hass gegen Weiße schürt und befeuert. Und ja, Rassismus gegen Weiße war das Motiv, diesen armen Jungen in Gera zu verprügeln. Hier ist die offizielle Stellungnahme der Polizei. Grund für die Auseinandersetzung sollen laut Polizei, Zitat, zurückliegende Rivalitäten unterschiedlicher Personengruppierungen mit verschiedenen Nationalitäten sein. Rivalitäten zwischen verschiedenen Nationalitäten. Was die Polizei hier beschreibt, ist nichts anderes als ein ethnischer Konflikt. Ein Kampf gegen Weiße, der durch die Politik der letzten zehn Jahre importiert worden ist. Wie verlogen, der Tweet von Katrin Göring-Eckardt, natürlich ist er das. Wie verlogen er ist, sehen Sie übrigens auf diesem Foto. Das hier ist die grüne Bundestagsfraktion. Vorne in pink die Hautfarben-Hasspredigerin Katrin Göring-Eckardt. Auf dem Foto sehen Sie ausschließlich weiße Menschen. Bis auf eine Person ganz versteckt hinten rechts in der Ecke. Wenn die Grünen Vielfalt für das ganze Land fordern, für jeden erdenklichen Lebensbereich, dann meinen sie wirklich alle. Außer sich selbst. Das steht geradezu symbolisch für die linksgrüne Migrationspolitik. Die Menschen, die sie machen, sind davon nie betroffen. Die bitterste und eindeutigste Statistik über Migration und Gewalt in unserem Land ist diese. Deutsche werden deutlich häufiger Opfer von Straftaten durch Ausländer als umgekehrt, obwohl der Ausländeranteil in Deutschland gerade mal um die 15 Prozent liegt. Hier sind die offiziellen Zahlen des Bundeskriminalamtes. 2023 wurden 154.000 deutsche Opfer von Straftaten durch Ausländer. Die Zahl stieg um 12 Prozent gegenüber Vorjahr. Umgekehrt wurden 75.000 Ausländer Opfer von Straftaten durch Deutsche. Ein Anstieg von 7 Prozent. Die Zahl der Ausländerkriminalität gegen Deutsche ist doppelt so hoch wie umgekehrt. Die Politik der unkontrollierten Massenmigration hat einen Ratschlag Realität werden lassen, den wir unseren Kindern eigentlich nie geben wollten und der Sprengstoff für jede Gesellschaft ist. Wenn du dein Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, dramatisch senken willst, dann halte dich fern von bestimmten Gruppen. Das ist kein Rassismus, das ist die Statistik. Das Problem aber ist, unsere Kinder können diesen Ratschlag in ihrem Alltag nicht befolgen. Sie müssen in die Schule gehen, die unsere Regierung für sie geschaffen hat. Für sie gibt es nur das Land, das ihre Eltern ihnen zumuten. Kein anderes. Ein Land, in dem Klassenkameraden zum Beispiel in Pirmasens vor wenigen Tagen erfahren haben, dass ihre afghanische Klassenkameradin Ronja, 15 Jahre alt, nie wieder im Unterricht sitzen wird, weil ihre Eltern sie erst verprügelt und dann bei Worms im Rhein ertränkt haben. Der Grund, Ronja wollte sich integrieren und westlich leben. Haben Sie bei den Kollegen von der Tagesschau irgendetwas darüber gehört? Natürlich nicht. Es gibt eine einzige Maßnahme, die wir unseren Kindern und der Zukunft unseres Landes schuldig sind. Sie lautet Grenzen schließen, Grenzen kontrollieren. Nur die reinlassen, die rein dürfen. Mehr als die Hälfte der illegalen Migranten reist inzwischen komplett ohne Papiere ein. Sie haben keine Ahnung, wer diese Menschen sind. Wie kann man annehmen, dass sie lautere Absichten haben, wenn sie uns nicht einmal verraten wollen, wie sie wirklich heißen und woher sie kommen? Aber die Grüne Partei will die Grenzen nicht schließen, nicht einmal kontrollieren. Hier ist, was die grüne Innenpolitikerin Irene Mihalic auf X schreibt. Wer will, dass die Grenzen dauerhaft und personalintensiv durch die Polizei kontrolliert werden, der riskiert unsere Sicherheit in der Fläche. Die Grüne Partei behauptet allen Ernstes, Grenzkontrollen würden unser Land unsicherer. Ja, unsicherer machen. Kontrollen machen unsicherer. Das ist die totale Umkehr der Fakten und der Realität. Kontrolle schafft Unsicherheit. Sicherung schafft Gefahr. Schutz schafft Bedrohung. Man nennt das, was die Grüne Partei hier tut, Ideologie. Wie es bei George Orwells 1984 so schön heißt, und ich zitiere, die Partei lehrte einen, der Erkenntnis seiner Augen und Ohren nicht zu trauen. Das war ihr entscheidendes, wichtigstes Gebot. Wir sollen nicht mehr glauben und sagen, was wir sehen und hören. Das ist der Befehl der Grünen Partei. Aber wer seine Kinder, wer seine Enkel liebt, der nimmt diesen Befehl nicht mehr hin. Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch von einem bemerkenswerten Plan erzählen. Wir bei News haben ein Ziel. Wir wollen größer werden als die Tagesschau. Jetzt werden Sie lachen, aber wir haben es zumindest auf einer Plattform schon fast geschafft. Nämlich auf Spotify. Unsere Morgensendung News Live auf Spotify ist inzwischen auf Platz 4 der Spotify Nachrichtencharts. Nur einen Platz hinter der Tagesschau. Was wollen wir? Natürlich die Tagesschau überholen. Mehr Menschen müssen News gucken, weniger Menschen die Tagesschau. Deswegen meine Bitte und mein Rat, News Live jeden Morgen ein großartiges Programm, eine großartige Show, die wichtigsten Themen, die wir dort mit unseren Kollegen besprechen. Schauen Sie sich das Ganze an auf Spotify. Gehen Sie auf Spotify und geben Sie ein News Live. Schauen Sie sich jeden Tag unseren Podcast an. Sie werden ihn mögen und vor allem, Sie müssen nicht mehr auf die Tagesschau vertrauen. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen. Und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.